Du weißt nicht, wo den gucken sollst, ne? Voll die durchgekneite. Ich guck überall hin. Super. Alles weitere nach dem Intro. Hier ohne Witz, ne? Jamie sitzt neben mir und guckt mich erwartungsvoll an. Alter, hüpft doch einfach hier auf den Tisch und dann kannst du zugucken. Wer soll zu mir kommen? Oder geh hoch zu Saskia. Ey, der sitzt neben mir am Stuhl und guckt mich an. Das kann es nicht sein. Freunde, jetzt haben wir mich verschluckt. Freunde, ich habe keinen Kaffee mehr. Ich brauche noch einen Kaffee. Ja, letzte Folge haben wir den Witter geklatscht. Die daneben an, ne? Die liebe Saskia und der olle Knapsack hier. Ich glaube, das war Saskias erstes Mal mit dem Witter. Den hat sie weg geklatscht. Und wie war es? Erzähle. Toll. Super. Toll. Volle Begeisterung, bitte. Volle Begeisterung. Ich habe es mir irgendwie spektakulärer vorgestellt, tatsächlich. Ich hatte richtige Angst, aber ich habe es, glaube ich, ganz okay gemacht. Also ich weiß, wir können es spektakulärer machen. Dann können wir auch hier oben die Overworld mal richtig zerstören. Nee. Nee. Ich glaube, das findet Chiro nicht so toll. Und dann lassen wir den vorne am Spawn einfach mal durchlaufen. Scheißegal. Ich glaube, das findet Chiro nicht so toll. Was haben wir denn gehabt? Wir haben bei Minecraft Doors damals, da haben wir große, ach nee, da haben wir den Chaos-Drachen gespawnt. Schade. Nee, das war was anderes. Chaos-Drachen. Ja, gibt es noch eine Erweiterung? Es gibt ja... Ender-Drachen und es gibt die Erweiterung Chaos-Drachen. Und der Chaos-Drachen, der ist noch ein bisschen schlimmerer. Der braucht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und da hat Heiko, also Cars-Crafter, der hat beim Finale von Minecraft Doors, glaube ich, gefühlt so 20 oder so von denen spawnen lassen. Und einer davon, der hat uns dann richtig zerlegt. Der hat dann die ganze Map-Plan gemacht. Und mein Haus war nachher am Ende das Einzige, was noch heile gewesen ist und das Einzige, was funktionierte. Und deswegen habe ich Minecraft Doors als Einziger gewonnen. So habe ich das beschlossen damals. Na. Alle waren sie kaputt, mein Haus war noch heile. Hat genau an der Grundstücksgrenze vorne aufgehört, das war die voll gut. Der einzig Überlebende. So, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5 mal Glas. Und jetzt bauen wir unten 3 Obsidian, in der Mitte den Netherstar und oben drüber Glas. Und wir haben einen Beacon. So, hallo. Ach, das ist Beacon. Das ist ein Beacon. Das ist ein Beacon. Ein Beacon. Ein Beacon. Oh, passt. Ich habe zwei Stacks Blöcke. Das ist cool. Das ist echt cool. So, dann müssen wir mal gucken, wo bauen wir den immer hin? Können wir auch noch was machen? Oder hast du jetzt genug? Ja, mach mal. Mach mal. Mach mal. Also, das reicht mit Sicherheit noch nicht. Das reicht mit großer Sicherheit noch nicht. Wir können... Hast du eine Schaufel? Mach dir noch mal eine Schaufel. Ach so. Ach, guck mal. Dann können wir hier... Ich glaube mal... Warte mal. Wie hoch wird denn der? Der wird... Der wird... Beacon. Wie viel brauchen wir denn überhaupt insgesamt? Gibt es da ein Rezept zu? Nee, gibt es nicht. Warte. Jetzt muss ich luken. Minecraft Beacon. Wie viel brauchen wir denn? Ja. Ja. Genau. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 Etagen insgesamt. Und die Basis unten ist 9x9. 9x9, dann 7x7, dann 5x5, dann 3x3. Alles klar. Okay, das heißt, wir machen jetzt einmal ein Loch. 9x9. Ich bin hier hinten bei dem Berg. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier? Oder müssen wir den umsetzen? Warte, wir können den auch hierhin klatschen. Warte mal. Wir machen das mal so nah wie möglich. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, das machen wir einfach mal. Weil ich glaube, meine Schaufel ist nämlich gleich kaputt. Brauchte ich. Hallo, wo bist du? Hallo. Wo bist du? So, ich habe gar keinen Platz mehr. Ja, dann komme ich erst mal. Warte mal. Ich bin hier irgendwie so doof, gerade diese blöden Eisenblöcke zu machen. Jetzt ist Jamie bei mir. Ja, das ist gut. Das ist gut. An der Tür. Bei mir hat er nämlich eben gesessen. Bau mal weiter ab. Achso, okay. Okay. Dann soll er dich mal anschreien. Schönes Mikrofon am besten rein. So. Jetzt bauen wir hier unten alles voll. Alles voll. Oh, hier ist irgendwo Lava, höre ich. Du bist Lava. Ja, auch. Komm mal. Hallo. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Hallo. Hallo. So. Dann bauen wir den hier auch mit auf. Ist halt so eine Art Pyramide, die jetzt kommt. Muss aber immer wieder gefüllt sein. Das kannst du machen. Entweder mit Eisen. Ist natürlich das einfachste Material. Du könntest allerdings auch übertreiben und nimmst Netherite dafür. Muss natürlich viel Farmen. Geht auch mit Gold oder Emerald. Ich glaube, dir geht es sogar auch. Hauptsache nimmst halt wertvolle Rohstoffe. Wie viel brauchst du noch? Das war's. Und hier in der Mitte. Da klatscht jetzt den Bieten drauf. Und dann musst du dann nach oben gucken und... Alter. So, jetzt können wir ihn füttern. Wir können jetzt auswählen. Wir nehmen Haste. Und wir nehmen Regeneration. Regeneration. Ja, ne? Du kannst also mit Regeneration, du kannst auch Speed machen, dann rennst du wie blöd. Du kannst auch Stärke machen. Du kannst Jump Boost machen. Du kannst... Soll ich mal Jump Boost machen? Resistance. Das kannst du also alles machen, wie du willst. Du musst ihn allerdings nur in irgendeiner Art und Weise füttern. Also ich hab noch einen Iron Ingot. Damit er sagt, ja, kann ich mit umgehen. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir Haste. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht. Haben wir Gold? Ui! Wir brauchen noch... Wir brauchen Gold. Das kommt erst noch. Nee, ich hab ja keinen Speed ausgewählt. Ich hab Abbaugeschwindigkeit. Ich hab aber Speed ausgewählt. Achso, nee, das hab ich nicht gemacht. Ich hab hier Haste 2. Das siehst du auch, wenn du jetzt E drückst. Siehst du rechts bei dir... Siehst du rechts bei dir Haste. Abbaugeschwindigkeit. Wir brauchen noch... Ich hol mal. Gold, Dia und ein Emerald. Oder ist das egal? Entweder oder. Nee, eins von denen, ne? Entweder oder ist das. Ah, okay. Haben wir Emerald überhaupt da? Achso, und Regeneration... Ah, Loy. Primary Power und Secondary Power. Okay, also wir haben... Aber wieso aktivierst du das nicht? Ah, jetzt haben wir beides. Jetzt haben wir beides. Guck mal, jetzt haben wir beides. Beides. Immer röd. Brauchen wir nicht. Hat sie erledigt. Danke. Brauchen wir nicht. Danke, 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 danke. Ich hab's falsch verstanden. Mann. Ich hab's falsch verstanden. Ja, jetzt... Ja, typisch, typisch Perl, ey. Wirklich. Jetzt tut mir leid. Aber wenn du jetzt deine Axt nimmst oder schaufelst, dann baust du jetzt viel, viel, viel schneller ab und das ist das Schöne dabei, da hinten, gerade wenn wir jetzt den Berg abtragen, das geht, glaube ich, jetzt 100 Blöcke oder so, ähm, ne, 50 Blöcke, 50 Blöcke, äh, 100 insgesamt im Durchmesser, also 50 links, 50 rechts, ähm, wo du jetzt Abbaugeschwindigkeit ohne Ende hast. Weißt du, jetzt hüpfe ich bis hier hinten hin, um das Eisen wegzubringen, weißt du das? Total Banane. Aber ich hätte gern noch Speed. Ne, das können wir dann machen, nach dem Abbauen. Ich möchte mit dir aber nicht. Da möchtest du aber nicht, Mutti. Ich möchte aber nicht. Da möchtest du aber nicht. Ich möchte aber nicht. Ich bin nicht doch gar nicht. Eigentlich müsstest du den Effekt haben. Doch. Eigentlich schon. Warum sammelst du das nicht ein? Hallo? Sammel das ein. Oh lol. Sag nicht, du bist voll. Ach, was? Ach, da sortiert er das erst ein. Ach, krass. Na gut. Aua. Dann dauert es ein bisschen. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt unser Eisen verlieren, weil der so langsam ist. Hätte ich vielleicht besser verteilen sollen, ne? Du armer Eisengolem. Mach's gut. Zu kurz war deine Zeit. Wenn man diese Selbstexperimente macht, ne? Mäh. So. Siehst du wohl. Mäh. 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 Ach, so viele war es ja nicht mehr. Na dann. Passt doch. Mäh. Dann kann er das nämlich jetzt hier schön einsortieren. Dann haben wir bei zwei Kisten voll mit Eisen. Sehr schön. Womit funktioniert das? Mit dem Abbauen? Eigentlich mit der Schaufel und mit der Pickaxe. Also mit allem, womit du abbauen könntest. Und da sollte das eigentlich schneller gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schneller geht oder ob das genau gleich ist. Okay. Warte mal, ich muss mal. Ich muss mal. Probably running. Oder ist ein Ender. Ender-Typi. Lass mich in Ruhe, du blöde. 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 Blöde Spinne. Aber den Effekt hast du, ne? Ja. Wann sind denn diese 50? Alter, bin ich doof. Diese 50 Blöcke vorbei. Aua. Aua. Jetzt. So, eigentlich sollte das schneller gehen. Aua. Grazel, Faisel. Wo ist denn Aua? Hinterberg. Wo ist, warum? Was ist da los? Was ist da los? Ich glaube, drei oder vier Zombies und ein Sklelet. Gibt es Action? Aua Fresse oder was? Aber richtig. Ich hätte Banne zugehauen. Ich, ich. Ich habe da nichts getan. Was Bumme macht. Aber das Regenerieren funktioniert. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das mit dem Abbau noch funktioniert. Ja, doch. Das geht auch. Weiß ich noch nicht. Oder habe ich vielleicht einfach die falsche Schaufel? Nö, eigentlich. Der geht mir jetzt schon wieder auf. Hallo. Du? Ja. Aua. Dann geh doch schlafen. Wenn es mal so einfach wäre. Oh ja, tatsächlich. Tatsächlich. Hilfe. 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 Ja, kommt. Greif mich an. Tja, brennst du, ne? Schon scheiße, Alter. Schon scheiße. Naja. Gut angegreift. Ihr alten Eiernacken. Einfach so. Ihr alten Eiernacken. Ich sag's dir. So. Die haben mich angebeißt. Das haben wir. Dann müssen wir hier noch ein paar Sachen kaputt. Geht. Geht. Ganz toll. Ganz toll. Ganz toll. Ja, so ist das. Gut. Freunde, ich würde sagen, wir haben knappe 15 Minuten. Heute wird es ein bisschen weniger als sonst. Deswegen bauen wir jetzt hier erstmal den Berg ab. Wir haben ein bisschen was zu tun. Und dann soll das alles funktionieren. So hoffe ich mal. Ja. Deswegen nicht verzagen. Kurze Folge heute. Wir machen jetzt nichts weiter. Und in diesem Sinne euch einen schönen Tag. Bis denn. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.